Oh, was geht, was geht, Freunde? Odi und ich haben was sehr Schlimmes gemacht. Und zwar haben wir eine Zeitmaschine gebaut. Aber die Zeitmaschine hat uns zu einem Ort gebracht, das verflucht ist. Schaut mal, dort ist ein Halloween-Kürbiskopf und wir sind auf einem Skyblock. Odi. Könnte es vielleicht sein, weil ich einen Kürbis in der Hand halte? Hast du einen Kürbis in der Hand? Zeig ihn mir. Ich habe ihn nicht mehr dabei. Der ist wahrscheinlich kaputt gegangen, Brex hier. Oh nein. Und schaut mal, die Orte sind hier verflucht und dort drüben scheint ein Portal zu sein. Und Odi, wir müssen mindestens bis da drüben hinkommen, zum Portal. Da ist sogar das End. Aber wir haben nicht lange Zeit. Wir müssen uns wirklich beeilen, sonst kommen wir nie wieder zurück in unsere Minecraft-Stadt. Oh, das ist recht, Brex hier. Oh, komm schon. Was machen wir als erstes? Als erstes müssen meine Zuschauer, also du da draußen, das Video unbedingt bis zum Schluss schauen, denn nur du kannst mir helfen, hier rauszukommen. Das heißt, lass ein Like und ein Abo da. Und wenn du etwas siehst, was unheimlich ist, musst du es sofort in die Kommentare schreiben. Okay, Odi, hier ist die ganze Zeit eine Kiste. Siehst du die? Ich sehe die Brex hier. Warte mal, was ist da drin? Ich mache sie auf. Oh Mann, komm schon. Okay. Wir haben einen Wassereimer, einen Eisblock, Obsidian, Knochen, Knochenmehl und zwei Bücher. Ich fange mal in die Bücher rein. Hallo, Spieler. In diesem Buch wirst du viele einfache Regeln kennen. Denn das ist ein 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 verfluchter Skyblock. Was? Ein ein verfluchter Skyblock? Okay, und wir dürfen nicht nach unten springen. Oh Mann. Was steht hier drin? Schau mal den Mond an. Schau mal schnell. Der beobachtet uns. Oh, das ist ein böser Mond. Wir sollen einen Cuppelzone-Generator bauen. Du weißt doch, wie das geht, richtig? Ich glaube schon, aber zuerst brauchen wir die Erde. Hier, Braxy, komm schon. Okay. Ich habe einmal Erde und du? Ich habe drei hier. Bau jetzt da außen rum. Ja. Okay. Dann platziere ich genau hierhin das Wasser. Es hat funktioniert. Wir müssen abbauen. Komm schon. Du hast recht, komm schon. Wir brauchen eine Spitzhacke. Ich baue den Boden ein bisschen ab, damit wir mehr Erde haben, Braxy. Okay. Es ist wieder Tag geworden. Das heißt, alles ist in Sicherheit jetzt. Okay, aber wir müssen uns beeilen, Braxy. Wir müssen uns noch ein Haus und sowas bauen und wir müssen die anderen Orte erkunden. Oh Mann, wir müssen einfach nur zum Portal. Hier ist alles verflucht. Selbst der Mond ist verflucht, Odi. Oh, du hast recht, Braxy. Och Mann, ey. Warte, Odi. So, hier packe ich eine Werkbank hin. Jetzt mache ich eine Steinspitzhacke. So. Willst du auch eine? Äh, 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 nee, 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 nee. Mach nicht. Wir müssen unsere Ressourcen sparen, Braxy. Ich baue hier gerade eine Fläche, dass wir Samen willkommen vom Baum. Okay. Ich habe schon mal einen Stein. Ich mache weiter. Wir brauchen ganz viel Stein. Du hast recht, damit wir auch woanders hinkommen. Und du weißt, wir müssen hier raus, bevor wir hier noch, oh, weißt schon, was passieren kann. Mhm. Und wir müssen unbedingt noch rüber zum Kürbis. Oh Mann. Nicht das gleich Monster spawnen. Odi. Aber ich habe Apfel. Hä? Mann, ich kriege meinen Stein nicht. Warte, Braxy, das müssen wir ein bisschen anders bauen. Hast du noch Holz? Nee, aber Erde. Hier. Gib her, gib her. Okay. Ah. Oh. Oh, du hast dich doch gerettet, Bracky. Odi, das war mega knapp. Oh, Alter. Komm hierher. Hier kannst du dich reinstellen. Oh, du bist der Beste. So. Eins. Und das müssen wir jetzt richtig lange machen, okay? Okay, ich gucke, ob hier irgendwelche Samen runterkommen. Aber irgendwie kommt hier nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir brauchen ganz viel. Oh, Leute, wir haben schon einen kleinen Weg gemacht und Odi baut weiter dort drüben ab. und ich bin fast beim Gruselkürbis angekommen. Ich bin richtig gespannt, was mich dort erwartet. Odi, kannst du mir ein bisschen Cobblestone bringen? Na klar, ich hab den ganzen Stack gefarmt und sogar zwei Bäume gepflanzt. Was machst du denn die ganze Zeit? Ich hab hier drüben weitergebaut, dass wir zum Kürbis können. Ja, du Blödmann, mach weiter. Oh, warte mal, Brexy, sollen wir uns vielleicht noch ein Schwert machen? Du hast recht, komm, wir machen uns erstmal noch ein Schwert. Ein Steinschwert. Vielleicht sind dort Geister. Oh Mann, ich will zurück in meine Stadt endlich. Du hast recht, Brexy. Warte, warte. Kommt hier hin, dann mach ich uns zwei Schwerter. Eins, zwei. Hier, Udi, der ist für dich. Gip her, gip her, gip her, Brexy. Wir müssen direkt angreifen, wenn da Zombies sind. Oh, komm schon. Ich bin so gespannt, was mich dort drüben erwartet. Ich auch. Ich hab auch ein bisschen noch Angst, Brexy. Keine Angst, wir sind zu zweit. Uns kann nichts passieren, solange die Sonne scheint. stopp. Die Sonne geht gerade unter. Oh nein, wir müssen uns beeilen. Brexy, beeil dich. Sag mir, wenn wir kurz vorher da sind. Oh, jetzt nur noch geradeaus, nach hinten. Okay. Oh, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Komm schon, nur noch gerade. Genau, Brexy, komm schon. Oh Mann, ich hab Angst, ich trau mich gar nicht, mich umzudrehen. Mann, ey. Hallo? Hallo, ist da wer im Kürbis? Hallo? Hä? Hilfe. Hast du das gehört? Lass mir doch jemanden. Ich brauche jemanden. Brexy. Beeil dich. Wie kann das sein? Hallo? Hallo? Hol dein Schwert raus. Vielleicht ist das ein Verräter oder so. Das ist vielleicht eine Falle, Rudi. Ja, meine ich doch. Hä? Hallo? Reinkommen, bitte. Ich brauche Hilfe. Wer denn? Wo bist du denn? Ich bin hier drin und muss kämpfen. Hä? Ich sehe dich nicht. Wo bist du? Ich kann dich nicht bewegen. Brexy, bau ab, komm schon, bau ab. Die Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor, Brexy. Alter, weiter, weiter, baut weiter. Hilfe, die kommen zu mir. Wow, Jimmy. Jimmy. Oh Mann, Leute. Aua. Hörte es. Oh. Das ist schwieriger, als du denkst. Oh, Wo kommt die alle her? Oh, die hilft mir. Ich war in der Zeitmaschine. In der Zeitmaschine? Ja, ich bin da reingelaufen, aus Versehen. Du Doofkopf, du solltest da doch nicht reingehen. Oh nein, die Zombies. Brexy, Brexy, hier, ich habe Eisenschmerz bekommen. Los, bitte. Wir machen die erst mal fertig. Boah. Ja. Boah, ihr seid die Besten. Mann, du Doofkopf, du hättest hier nicht sein sollen. Was ist das überhaupt für ein Ort, Brexy? Das ist ein verfluchter Ort, ich habe keine Ahnung. Hast du hier noch was gefunden, im Kürbiskopf? Na ja, da waren nur drei Diamanten drin. Hä? Ja. Das ist nichts. Und so ein komisches Buch, aber das habe ich verloren. Das Buch hast du verloren? Mann, vielleicht war das Buch unser Ausweg, du Doofkopf. Ähm, vielleicht, war das die Gebrauchsanweisung von der Zeitmaschine. Oh nein, oh die. Was machen wir denn jetzt, Leute? Wir müssen, wir müssen zum Portal, anders schaffen wir es hier nicht raus. Du hast recht, Brexy, aber jetzt wird gleich Nacht, wir müssen vielleicht erst mal ein Haus bauen. Hm. Warte mal, hier ist ein Lama. Hä? Lama? Na unten, da, ein Spucklama. Ich sehe es, Brexy. Komm, lass uns da hin. Was ist da drüben? Da ist ein Haus. Vielleicht hätten wir zuerst zum Haus gehen sollen, Udi. Oh, du hast recht, Brexy. Komm schnell mit, Jimmy, du musst uns jetzt helfen. Und was ist, wenn deine Hexe drin wohnt? Dann machen wir sie fertig. Komm schon, komm schon, Jungs, wir sind die Besten, wir schaffen das. Wir müssen irgendwie zurück nach Hause gehen. Hat jemand noch Cobblestone? Ja, ich. Gib mal her, schnell. Warte. Wie viel brauchst du? Wie viele wie möglich. Was du hast, Jimmy. Ja, warte. Da. Ja. Ja. Oh, jetzt baue ich rüber. Ganz schnell. Bevor es dunkel wird. Oh, Mann, ey, ich will unbedingt wissen, was dort drüben ist. Oh, Brexy, schau mal die Hühnchen da oben an. Die sehen irgendwie vergiftet aus. Die sind nicht vergiftet. Da läuft ein Knochen rum, Leute. Die sind verflucht. Oh, nein. Oh, nee. Können wir nicht einfach die Polizei rufen, Leute? Wer soll dann kommen? Vielleicht ein Helikopter oder so. Oh, passt auf. Ah, was war das? Hier ist ein Keller. Leute, hier ist ein Keller. Wo bist du, Brexy? Hier ist eine Truhe. Ich habe Obsidian gefunden. Ich habe jetzt zwei Obsidian. Für das Portal. Das ist richtig gut. Schaut weiter, vielleicht findet ihr was. Blödes Spinnennetz hier. Schäfchen. Schäfchen. Oh, Mann, das Essen ist weg. Brexy? Was denn? Hier ist ein Friedhof. Ein Friedhof? Ja, schau mal. Hä? Wow, du hast recht. Gleich ist was unter der Erde. Eine Kiste. Eine Kiste. Mach sie. Hä? Die ist kaputt gegangen, Brexy. Lass uns hier die auch kaputt machen. Warte. Übers bekommen. Noch mehr Knochen. Komm schon, komm schon, komm schon. Weiter, weiter, weiter aufmachen, Brexy. Was ist hier? Hier ist noch eine Kiste. So, vielleicht obsidiert. Nein, wieder nur Knochenmehl. Oh Mann, ey. Vielleicht ist da noch eine Kiste. Oh, Leute, es wird dunkel. wieder nur Knochenmehl. Was ist bei dir? Knochenmehl. Egal, wir brauchen das Knochenmehl. Oh nein, der Halbmond ist da. Der Gruselmond. Das ist echt gruselig. Boah, Leute, lasst uns abhauen. Hä? Wohin denn? Wo sollen wir denn hin? Wir sollten vielleicht auch hier unser Haus bauen. Nein, da drüben. Guck mal, da drüben ist. Oh, warte mal. Hier ist doch unsere, unsere Obsidian. Ich baue rüber und ihr baut eine Base. Los. Okay. Hier oder was? Ja, einfach hier. Ist nicht schlimm. Okay. Komm schon, komm schon. Ich muss da drüben. Mit dem Portal können wir vielleicht nach Hause gehen. Leute, ich brauche jetzt einmal eure Hilfe. Seht ihr hier irgendwas Auffälliges, was wir benutzen können, außer diesen Gruselmonddauer oben, damit wir zurück in unsere Stadt können? Es wird dunkel. Oh nein, jetzt kommen auch böse Monster. Ich muss schnell zum Portal und versuchen, das zu reparieren. Aber mit zwei Obsidianen wird das ziemlich schwer. Da fehlen nämlich eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir haben zwei. Das heißt, Leute, uns fehlen noch drei Obsidian. Äh, Obsidian? Mhm. Ich hab die, Brexie. Wo hast du die denn jetzt auf einmal her? Ich hab die hier gefunden, gerade beim Buddeln. Warum sagst du nichts, du Trottel? Ich dachte, wir brauchen keine mehr. Oh man, oh die. Nein. Daneben gebaut. Ich hab daneben gebaut, oh die. Oh man, du Blödmann. Ich hab nur drei. Wo sollen wir die letzten finden? Nein, 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 ich hab daneben gebaut. Nein. Ein Geops. Lidian? Ja. Achso, ich hab noch eins. Wie, du hast noch eins. Ja. Wo soll ich das hin tun? Hier, gib's mir. Warte. Äh, äh. Ah, okay. Mhm. Zumachen. Ich brauch noch ein paar. Gib mal noch ein paar. Mama, warte. äh, eins, zwei, drei. Oh, eins, zwei, und drei. Hä? Passiert nix. Wir brauchen ein Feuerzeug. Aber wie machen wir es denn dann ohne Feuerzeug, du Blödmann? Ich hab ne Idee, Brex hier. Was denn? Du musst zu der Anfangsinsel und vielleicht Lava holen. Hm. Lava. Ja, du holst dir Eisen und Gravel. Lava mit dem Eimer. Mhm. Du hast recht, Odi. Sag ich doch. Äh. Äh. Okay. Ich muss schnell zur Anfangsinsel, dann hole ich Lava. Ich bin gleich wieder da. Oha. Wir bauen so lange das Haus, Brex hier. Okay. Äh. Bleibt genau hier. Bewegt euch nicht. Okay. So, komm schon. Ich muss hier hoch. Nein, 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 nein. Dieses blöde Spinnennetz. Oh Mann, ich muss mich beeilen. Es wird schon dunkel, beziehungsweise es ist schon dunkel. Und dann kommen die blöden Monster, die verflucht sind. Und. Komm schon, komm schon, komm schon. Hier. Mann. Okay. Ha. So. Und jetzt rüber. Oh nein, es regnet, Jungs. Wartet auf mich. beeil dich, Brex hier. Ja, ich geb ihr ja schon Gas. Ich komm schon. Oh, oh, oh. Oh, die hat absolut recht. Jetzt nehmen wir den Eimer, haben das Lava in dem Eimer, gehen wir wieder zurück und dann können wir das Portal öffnen. Oh, ich muss mich beeilen. Komm schon, komm schon, komm schon. Und Sprung. Oh, Sprung. Odi, wo seid ihr? Ich bin hier oben, Brex hier auf dem Hausdach. Okay. Ich probier's, Odi. Bist du bereit? Warte, 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 ich komm, ich komm. Ah. Aua. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Okay, dann müssen wir irgendwo ein Stück Eisen bekommen, Brex hier. Ein Stück Eisen? Eisen. Damit wir ein Feuerzeug machen können. Und ein Feuerstein. Den Feuerstein hab ich, aber wir brauchen Eisen. Okay. Warte mal, da unten ist Kohle. Da wo Kohle ist, ist es auch Eisen. Du hast recht. Lass uns das nachschauen gehen. Warte, hier rüber, hier, hier war ja ein Keller. Oh, hier kommen schon die ersten Zombies. Brauchst du Hilfe? Nein, ich geh schnell runter. Hä? Wo war denn das nochmal? Das war doch hier irgendwo. Hä, wie bin ich denn hier runtergegangen, Odi? Bist du da reingegangen? Bist du da reingegangen? Ich weiß nicht, wie Brex hier. Ich hab's, ich hab's. Hier ist die Kiste, aber ich seh hier kein, keine Kohle. Doch, hier ist Kohle. Ich hab eine Kohle, aber ich seh kein Eisen, Jimmy. Warte, ich schau mit dir. Vielleicht ist hier ja was. Ich bin auch hier, Leute. Wo? Hä, Brexie. Was denn? Komm, schnell zu mir. Komm zu mir. Wo denn? Ich bin hier unten. Hier ist was. Boah, hier ist auch Eisen. Du hast Eisen. Da ist Eisen. Da ist eine Kiste, Brexie. Eine Kiste? Wir brauchen Steinspitzhacke. Hat einer eine Steinspitzhacke? Ja, hab ich. Oh, wie kommende Sache immer näher? Leute, wir werden es, glaube ich, nicht rausschaffen und das nur dank eurer Hilfe. Boah, wenn du bis hier hingeschaut hast und mal zusammen mit mir und meinen Freunden spielen möchtest, dann schreib jetzt in die Kommentare deinen Minecraft-Namen und dann lasse ich dich für den Server whitelisten. Her mit der Steinspitzhacke. Leute, beeilt euch. Da sind ganz viele Monster da draußen. Beeil mich. Dann greift die an. Los. Wir brauchen einen Ofen. Macht schnell einen Ofen. Hab ich schon. Okay, okay. Komm nach Hause. Leute, hier sind so viele Zombies. Ich geh rein. Oh nein. Heil dich. Wo ist der Ofen? Hier in meiner Hand. Oh, hier oben ist ein... Oh nein. Hier ist ein Skelett. Komm rein, komm rein, 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 rein. Okay. Wir brauchen Kohle und wir brauchen Eisen und damit machen wir uns jetzt ein Feuerzeug und dann versuchen wir den Portal anzubekommen und dann gehen wir zurück in unsere Stadt. Oh, hoffentlich, Brex hier. Ich hab keine Lust, dass hier noch was Schlimmeres passiert. Okay, ich schau aus dem Fenster und einer von euch macht den Feuerzeug. Verschwinde, du Blödmann. Lass uns in Ruhe. Ich mach's schon, Brex hier. Schon, komm, schon, komm schon. Okay, bist du bereit? Ja, her damit. Feuerzeug hier. Yippie. Kommt jetzt alle mit, los, schnell. Ich will endlich nach Hause. Ich will auch nach Hause. Und? Ja. Ja. Es hat funktioniert. Okay. Jimmy, geh da auch rein. Bist du sicher? Ich hab dir alles zu verlangen, Brexie. Rein mit dir, los. Ich warte gleich. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, denn bald ist Halloween und du kannst mit mir mitspielen. Also vergiss nicht, ein Like da zu lassen, den Kanal zu abonnieren und meine Freunde abzuchecken. Die machen auch coole Videos. Die findest du unten in der Videobeschreibung. Und ich hab noch was richtig cooles anzukündigen. Wir haben jetzt wieder Mini-Brexie im Shop. Und das nur für kurze Zeit mit einer handsignierten Autogrammkarte von mir höchst persönlich unterschrieben. Also, worauf wartest du? Sei jetzt schnell und geh auf www.moodwash.de schräg schräg Brexies, um dir deinen eigenen Mini-Brexie zu holen. Oh, der ist so süß. Und ich geh jetzt ins Portal rein. Bis dann, Freunde. Oh, 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 Polizist in der Stadt, der neue Sheriff. Wie heißen Sie denn? Oh, hallo, Herr Polizist. Oh, haben Sie gerade gepopst? Entschuldigung. Ja, naja, große, ähm, altere Menschen haben Probleme mit dem Daumen, Okay. Okay, wie heißen Sie denn? Abonniert alle Brexie. Mein Name ist Batsch. Abonniert. Brexie, bitte. Brexie, abonniert. Brexie, bitte. Brexie, abonniert. Brexie, bitte. Denn er macht den besten Charakter. Brex, 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 Brex.